Karmut, 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 wie jede die Jungen. Ja, leider gibt den Thailand-Urlaub bald zu Ende. Ja, trotzdem freue ich mich auf Deutschland, vor allen Dingen auf die Bundesliga. Bayern München hat natürlich in der Winterpause wieder für die Hammermeldung gesorgt. Die Powerpersonale hier Klinsmann hätte alles andere in den Schatten gestellt, nicht nur im Sport. Aber in der Bundesliga hat keiner mehr von 30 Millionen Investionen gesprochen. Die sind ja die Klubs richtig an die Tankstelle gefahren und haben dafür 30 Millionen nachgeladen. Ja, natürlich, es wird spannend in der Bundesliga. Ich bin zwar nach wie vor der festen Meinung, dass die Bayern Meister werden, aber es gibt ihnen große Zitränge um die Champions-League-Plätze, um die UEFA-Cup-Plätze und da brennt auch die Luft noch im Abschießkampf, also es geht ganz schön rund. Ja, da freue ich mich auch drauf, also die tollen UEFA- und Champions-League-Abende. Ja, das ist auch mit Salz und das ist super. Ich werde jetzt wirklich selber ein paar Spiele mit dem Stadion angucken gehen und dann noch bei der Prima-Kiste im Fernsehen beim UEFA-Cup haben wir wirklich kaum mit vier. Bayern München, Werder Bremen, HSV, Bayern Leverkusen, das essen kaum mit vier im UEFA-Cup. Und dann noch Nürnberg, die auch für manche Überraschungen gut sind. Und Champions nicht mehr abwarten mit Schalke. Den traue ich einiges zu. Ja, und die Europameisterschaft rundet dieses erste Halbjahr ab. Ja, das ist das große Ereignis. Und wir uns so näher in Richtung Schweiz und Österreich kommen, da wird auch die Spieler noch motivieren. Jeder will in den Garda. Das wird viel spekuliert werden. Also, ja, Entschuldigung, das gibt es nicht. Also, wunderbar, Fußballherz. Was willst du mehr? Also, ich freue mich auf alle Fälle. Okay.